Schwarzwild hat ein Allesfressergewiss. Die hinteren Backenzähne erinnern an einen Pflanzenfresser und die Schneidezähne sind scharf wie in einem Raubtiergebiss. Die Eckzähne beim Schwarzwild sind was ganz Besonderes und werden auch sehr gerne als Trophäe verwendet. Sie schleifen ständig aneinander, wodurch sie sehr scharf werden. Die Eckzähne der Keiler bezeichnet man als Gewaff und die Eckzähne der Bachen als Haken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017